Ciao, hey boy, du wirst mit Rimworld einfach nicht warm, wie es aussieht, wobei das eh ein vollends Spiel für dich wäre. So wie du mir immer sagst, ich soll nochmal Frostpunk spielen, du sollst vielleicht mal ein bisschen Rimworld spielen. So, wir wollen hier immer noch Rhinozeros zähmen, deswegen heißt Nadia jetzt Kalikiko. Aber es dauert noch ein bisschen, weil... Wie weit zähmen wir mit... Na, immer noch nicht weitergekommen mit den Animus. Wir müssen auch noch unsere Security hier fertig bauen. Das dauert auch noch alles ein bisschen, ja. Mal ja was zu tun, so ist es ja nicht. Wie weit zähmen wir mit den... Das sind die Noble Apparel, gell? Ja, müssen wir noch ein bisschen was machen, damit Soldatenkönig komplett zufriedengestellt ist. Und wir bräuchten auch noch irgendwann... mehr Zimmer. Aber das muss man auch noch auf sich warten lassen. So viele Leute, die gerade konstrukten. Naja, und das will ich auch neu einzahlen. Ähm, kann ich ihn denn noch konstrukten? Koanus, komm, kommen, rein. They're attacking immediately. Right on top of me. Ähm... Not cool. Wollte ich nochmal kurz zeigen. Just... Not cool. Wenn sie den mal killen. Ähm, haben wir da irgendwo Deckung? Da hätten wir Deckung. Jo, Bubla. Guck mal, ein paar Leute im Messer. Soldaten, ist das Deckung hier? Not sure. Du kannst wenigstens winstunnen. Da sind aber zwei Leute. I'm not a fan of that. Wo ist der Rest? Conley ist... Nein, wir sind gerade ein bisschen weit weg. Du kommst noch hier hin. Webster kann nix. Okay, das heißt, wir hätten jetzt allen schon Befehle gegeben. What the fuck just happened? Auto-Pistol. Ist das gleich explodiert hier? Oh, das warst du? Okay, not too shy. Du kannst da aufhören, bitte. Raketen zu verwenden. I'm not a fan of that. Jo, Bubla, geht eben Messern. Ähm, wie sieht's hier aus? Ah, wir können mal wieder schauen. Ich kann den treffen. 14%, du mich. 4,6% und trotzdem triffst du mich irgendwie. Da ist eine Granate. Not a fan. Jo, Bubla. Chill für zwei Sekunden. No. Oh Gott. Kali, geh weg. Ähm. Das war mal ein schöner Tisch, du Pisser. Okay. Können wir den mal killen, bitte? Why is it so hard to kill the dude? Hast du nochmal einen Stun in dir? Hast du easy nochmal einen Stun in dir? Stun in dir nochmal. Schießt du auf ihn? Kannst du sterben? Kannst du sterben? Okay. Du bist dann. Kali. Musst dich ausruhen gehen. Prissy fertig. By the way. Bam, bam, bam. Ähm. Du darfst jetzt sicher nicht abhauen. Das war eigentlich so was dazu zu sagen. Können wir bitte den Typen treffen? All right. Perfekt. Oh, hat uns sogar ein bisschen Medizin dagelassen. Wie, ähm, rücksichtsvoll von ihm. Ziemlich viel kaputt gegangen, nachdem die jetzt einfach gleich mitten unter uns gekommen sind. Not a fan. Mein schöner Tisch ist kaputt. God damn it. Also ich weiß eigentlich nicht, wie gut der Tisch war. Ich glaube, er war nicht besonders toll, aber. Anyways. Machen wir mal einen Granit-Tisch jetzt vielleicht? Passt zu uns. Oder wir machen gleich mal wieder einen Silver-Table. Because I like doing that. Wie viel Silber brauchen wir dafür? 9,50. Easy. Aber die sind noch nicht gut genug für einen Silver-Table. Äh, nein. Machen wir da mal einen Granit-Tisch. That's cool. Und dann machen wir vielleicht ein Silver-Table ein bisschen später, wenn wir jemanden haben, der richtig gut konstrukten kann. Das wäre aber wichtig, sonst regen sich alle auf. Bei der Web-Pubblo, du musst nicht mehr hier rumstehen. Danke. Kali wird hoffentlich... Du kümmerst dich um Kali, um your consuming lavish meat, wo du sie schon verarztest. Sie wurde schon verarztet. Okay, good job. Ähm, Prissy, kannst du den Tisch kurz bauen? We'll never do cleaning. I'm not talking about the cleaning, my dude. Ähm, excuse me. Yes. So nicht, wo genau ich auf den Tisch klicken muss, damit ich das prioritizen darf. Ich mach' einen guten Tisch. Come on. Gut. Er muss nicht Excellent sein oder Masterwork. Einfach nur einen guten Tisch. So, aber I'm asking for. Was war denn das für ein Angriff? Ja, der war ja richtig gemein. Dafür baut man sich die ganzen Verteidigungssachen, aber jetzt sieht man, das passiert halt manchmal, dass sie in der Mitte der Basis droppen. Richtig gemein wird es erst, wenn wir eine Infestation haben mit den Bugs, weil wir da unter dem Berg rumtunneln. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Das ist irgendwie, wenn man überdachte Räume unter einem Berg hat, glaube ich. Dann kann man Infestation bekommen und dann spawnen. Ziemlich heftige Käfer. In der eigenen Base. Masterwork? Holy shit, ich hätte nur Silber bauen sollen. Holy fuck. Ein Masterwork. Okay, ich mein, das passt eh thematisch. Vielleicht machen wir dann die Stühle aus Silber oder so. Masterwork Granite Table. Amazing. Wir haben nur noch 19 lavish meals, Prissy. Hauling coin. By the way, deine Küche, liebe Prissy. Just saying. Ich kann es ja nicht für die Küche machen, gell? Ich muss es extra für jedes Ding, sie hier machen. I love cooking style, sure. Look everywhere, sure. Look in, oh, ich kann es so sagen jetzt. Look in stockpile zone one. Absolutely. Ich muss nicht mal den Radius machen. I love it. Look in stockpile zone one. Ah nein, das ist nur für, naja, das ist nur für, das ist nicht für die Ingredients. Ich habe mich gerade zu sehr gefreut. Das passiert, wenn man sich freut. So alt Bullshit. Hol dir die Ingredients bitte nicht von überall her. Es bringt leider nichts, weil das Feld immer noch drin ist. Das heißt, es wird immer noch zum Feld laufen, um sich die Ingredients zu holen. Das ist mir nicht tagt, aber was ist alles. Psychic Soothe. Quest available. Ich glaube, wir wollen gerade nicht noch ein Quest. No. Sind mir zu viele. Wenn meine Verteidigungen schon fertig waren, dann könnten wir uns überlegen, aber sie sind nicht fertig. Ich hätte hier vielleicht was steil machen sollen. Die Brücke, by the way. Falls das überhaupt geht. Kann sich dann irgendwer drum kümmern, ähm, Webster vielleicht, mal die Toten hier wegzuholen. Ich habe nicht gesehen, dass die, ähm, verbitten sind, weil die Leute werden unglaublich eingepisst werden, wenn wir hier überall Tote rumliegen haben. Building Roof. No. Haul den hier mal zuerst weg. Cleaning Dirt. No. Haul den hier mal zuerst weg. Okay, danke. Da würde ich auch gerne nochmal den Floor bauen, aber wie gesagt, wir haben gerade zu viele Bauaufträge. In der Pipeline. Wie schaut es mit Konstrukten aus? Conway? Ja, okay, das ist eh nicht schlecht. Du konstruierst das eh sobald du es kannst. Und Soldatenkönigke nicht. Prissy kann auch. Tut es auch sobald sie es wirklich kann. Fast Webster noch konstrukten lassen, wenn es sein muss, aber ist auch nervig. Okay, da unten waren wir langsam fertig. Mit dem Aushöhlen des Berges. Kali baut die Brücken weiter. I like it. Ich schaue mal aus mit Animals hier. Den können wir uns auch bald holen. Was kannst du schon wieder? Wie sehr kann ich mich freuen? Ich meine, du könntest Cooking da machen. Noble Apparel ist fertig. Wunderbar. Dann machen wir jetzt das Nächstes. Was wollte ich als Nächstes machen? Als Nächstes wollte ich das machen, was ich eigentlich machen wollte. Bevor ich drauf gekommen bin, dass ich noch Royal Apparel machen sollte vorher. Die Auditores haben wir schon. Ich brauche keine Solar Panels. Nein, all das ist nicht so wichtig. Wieso kann ich die Sachen hier noch nicht machen? Smithing. Dann machen wir mal als erstes Smithing. Wie lange lasse ich die Kada... Was heißt hier, wie lange? Ich habe sie hier gerade weggeräumt. Wenigstens esse ich sie nicht. Es wird viel gemacht in der RimWorld Community. Kannibalismus ist ein großer Hit. Aha, das war das A. Alles klar. Wir hauen zu wenig. Komm, das tut es einmal weitermachen da. Kali macht wieder mehr Steine. Das wird auch nie erledigt. Oh, ich muss jetzt den Auftrag geben, dass wir das Noble Apparel Zeug machen. Was willst du schon wieder, Solatenkönig? Das ist genau, was du willst. Ruffle Shirt und Top Hat. Make a Ruffle Shirt und make a Top Hat, bitte. Also was muss das sein? Okay, kann aus allem Möglichen sein. Ruffle Shirt. Aus allem Möglichen. Mach, bis wir eins haben. Du willst Bögen? Nein, keine Bögen. Wir haben Gewehre. Zeug liegt drum, Mann. Wir haben schon wieder viel zu wenig Leute, die sich um alles kümmern hier. Webster sollte doch eigentlich haulen, wenn sie nicht gerade putzt, oder? Er putzt zu viel, wie es aussieht. Ja, eigentlich schon. Soldatenkönig sollte haulen, wenn er nicht gerade mined, wardet. Bist du mitme- Ah, okay, es gibt hier noch einiges. Einiges zu minen, leider. Zumindest die Brücke ist bald einmal fertig. Wir kommen auch nicht weiter mit den Lavish Meals momentan, was ich nicht ganz verstehe. Wir haben so viel Fleisch rumliegen gehabt. Und ich meine jetzt nicht die Feinde, sondern ich meine... Ich meine die Goats, die uns vorher angegriffen haben. Ha, ich wirst botched. Jesus. Und es geht aber tatsächlich schon wieder das Fleisch aus. God damn it. Das ist Konny. Ich muss schon wieder jagen gehen. Die letzten zwei Wild Boars hier noch. Den Turkey. Naja, wir infiltrieren ja aber nicht die anderen, sondern sie kommt zu uns. Das heißt, ich glaube, leise sein hat nicht die höchste Priorität. Aber vielleicht machen wir eh nur einen Bogen. It's fine, du kannst einen Bogen bekommen. At some point. Wie ein bohes Hut in Battle Brothers. Wenn meine Verteidigung ein bisschen mehr gefestigt ist, kannst du von mir so einen unnötigen Bogen haben. Okay, wir haben die Brücke gefertigt. That's dope. Oh, ich kann schauen, ob mein Sandzicke da drauf holen kann. Wieso? Why would I do cloth sandbags? Wieso sind die nicht mehr aus Stahl? Ich meine, das hat eh nie sein gemacht eigentlich. Okay. Machen wir... Plain leather sandbags. Not enough plain leather. Habe ich kein Leder mehr? Was ist das hier? Blue fur? Ich will nicht blue fur dafür benutzen. Bird skin. Panther fur. Okay, machen wir Bird skin, I guess. Wir wollen doch nur pflanzliche Kost. Tiere wollen leben. Was ist denn los mit dir? Bumper levy schmiert sie, damit alle glücklich sind. Bumper levy schmiert sie, damit alle glücklich sind. Ob wir können die Pflanzen hier noch fällen? It's actually a good idea, dass das jemand macht, der gut im Plant cutting ist und nicht jemand, der fürs Bildern zuständig ist. Das kann auch noch gecutt werden. While we're at it, können wir die ganze Deckung hier mal vernichten. Das hat immer noch zu wenig geholt. smithing ist fertig, okay. Machining machen wir als nächstes. Dann kommen wir Richtung Gun Turrets. Ein Eclipse ist mir komplett egal. Wir haben keine Sonnenenergie. Wir müssen den Strand da oben dann noch irgendwie verschönern. Gibt's eigentlich Fischerzeug jetzt? Vielleicht müssen wir das erforschen. Ich dachte, es gäbe irgend so was. Oh, die Hightech Research Bench könnten wir auch hin und bauen. Inspired Surgery. Okay, maybe we do this right now, actually. Wobei, da muss ich dem InVim wieder sagen, dass das... We got a boss in the wall, that's fine. Resting, tu noch schnell das hier dekonstrukten, bitte. Und am Morgen kannst du die Hightech Research Bench hier reinstellen, stattdessen. Ist da ja noch Chlorophyll-haltiges, I see. Soll ich da draufklicken? Is this a bad idea? Aha. Da passiert gar nichts. Das ist ein Punkt aus Versehen dazwischen gemacht. Deswegen schaut's aus wie ein Link. Ähm, no, no Sandstone-Chunks, bitte. Granite-Chunks is what I need. Is this Sandstone? Is this... Oh, ist uns das Granit rausgegangen? Oh, da sind Granit-Chunks. Die können auch mal gehault werden. Nicht, dass das jemals gemacht werden wird. Jo, Carly. Okay, wenn du fertig bist mit Consuming Lavish Meal, consummest du noch ein Lavish Meal, okay. No. Du musst bei meiner Hightech Research Bench jetzt, bitte. Wie weit ist deine Resistance mittlerweile unten? Uuuuuh. Wir haben vielleicht bald ein neues Mitglied. Es dauert ewig, bis Carly die Viechis weit genug hat. Ich glaub, die Rhinozerosse werden uns abhauen. Such a sad story. Oh, kann Prissy, wenn Prissy damit fertig ist... Wie gut bist du jetzt mittlerweile im Planten? Kann ich Prissy endlich vom Planten abziehen? 7 von 20. Ich glaub, du musst auf 8 kommen, um alles machen zu können. Ähm. Haben wir genug Fleisch? Oh, nicht genug Fleisch. Wir haben nie genug Fleisch. Jesus. Ähm. Machen wir die beiden. Die Ibex Swim. Jetzt macht die Donkeys, auch wenn's gefährlich ist. Aber nur, dass wir mal ordentlich was zusammenkriegen hier. Den wir im Battle Ball, dass wir schon die ganze Zeit Esel umbringen müssen. Können wir's genauso gut wie in Rimwald tun. Ähm. Kann man da noch einen Roof bauen? Das sieht mir nicht gerooft aus. Ähm. Okay. Ah, das ist die Heizung, die das so macht. Alles klar. Aber eine Lampe da drin war irgendwie auch nett. Wir haben nicht besonders viel Nahrung. Pflanzlich meine ich jetzt. Ich glaub, die Lavish Meals sind schon recht brutal. Auf die Ressourcen. Aber es freuen sich halt alle drüber. Wir haben immer noch 89 Komponenten. That's nice. 2,2 unten. Okay, okay. We're getting there. Kalib versucht wieder zu trainieren. Ah nein, du hast die geschoren. Oh, okay. Haben wir das eigentlich schon gemacht? Ja, hast du dein Top-Head und Shit? Oh, warte mal. Ich hab dich wahrscheinlich... Manage Outfits. New Outfit. Soldaten-König. Allow all. Clear all. Wie soll das ich? Warte mal. Er darf sich das doch eigentlich eh hier holen, oder? Nein, er darf sich kein Noble Apparel holen. Okay. Ähm. Wieso sollte er keine... Das darf er alles machen, was er möchte. Kannst du dir die jetzt holen? Achso, warte. Ich muss jetzt erst umsetzen auf Soldaten-König. Kannst du dir dein Top-Head jetzt holen? Er hat seinen Top-Head. Hat er auch seinen Ruffled-Shirt? Yes. An excellent one. Even. Äh, du bist aber immer noch nicht ganz, ähm... Ach doch, du hast jetzt alles, was du willst. Perfect. Nice. Slightly impressive bedroom. Ich mein, da ist ein Thron drin, aber ja. Schön, dass es dich nicht aus den Socken haut. Es geht wirklich bald das pflanzliche Essen aus, bevor mir das Fleisch ausgeht. It's just a sad story. Haben die das alles immer nicht geholfen, ist es verdorben? Oder what happened? Ich glaube, wir hatten einen Hall-Engpass. Weil da ist die ganze Zeit vorher Zeug rumgelegen. Ich mein, wir haben noch 100 Feinmeers, also nicht so schlimm. Nur, ähm... Es kommt gleich der Winter und wir haben keine Pflanzen eingelagert. Das könnte ein Problem werden. Rennt dort eine Ratte auf dem Grünzeugfeld herum? Du schaust großartig aus. Absolut. Habe ich eigentlich alle Animals in der richtigen Zone? Ja, sitze ich immer noch nicht fertig. Vielleicht ist es auch das ganze Trainieren, das ist alles verbraucht. Mann, ich tue mir leid, die Esel. Verblutet der jetzt langsam? Mein Gott, Soldatenkönig. Mein Gott. Oh, das Label. Aber jetzt will ich ihn nicht mehr verkaufen. Jetzt können wir ihn gleich rekrutieren. Den guten Wasp. 0,1. Das sind gleich da. Oh, Kalium-Bubbler. Ja, ich glaube, wir sind einfach nicht mehr genug Pflanzen für die Leibeschmiedes momentan. Wenigstens wird dann was ge... ...gebaut. Und jetzt wird es vielleicht kurz mal die Leibeschmiedproduktion hier aussetzen, bis wir wieder ein bisschen mehr pflanzliche Nahrung haben. Wir konzentrieren uns dann auf die Feinmeals. Können auch noch mehr Pflanzen anbauen, aber... Ähm... Yes, nice. Okay, das ist, wir kenne dich jetzt. Rekruten! Machining fertig. Multi-Analyzer. Können wir später machen, muss ich jetzt ein. Gunsmithing next, bitte. Kommt wieder ein bisschen pflanzliche Nahrung zusammen, aber jetzt werden natürlich zuerst die Leibeschmiedes aufgegessen, bevor... Machst du jetzt gerade... Was machst du gerade? Feinmeals, vier Stück, wieso? Oh, weil irgendwer eins gegessen hat. Alright. Fast durch sind wir hier. Es geht zumindest ein bisschen was weiter. Es geht relativ langsam was weiter, aber es geht was weiter. Für mich für eine Chance... 8,2. Ist nicht wahnsinnig viel, aber hey, wir haben ja Zeit. Okay. Wenigstens ist Soldatenkönig auch mit meinem meinen jetzt fertig. Das heißt, er kommt zu ein paar anderen Sachen. Wir bauen langsam die Sandsäcke, auch nett. Man sieht es mit Bird Leather, oder? Also, wenn ich noch ein Turkey finde, wäre das ganz gut. Ja. Wir merken mir den auch noch schnell. Wie lange dauert das, bis das... Achso, das muss nicht mehr trainiert werden. Oh, okay, dann fangen wir an... Warte mal, Kali? Wie ist dein Skill, so, oder? 9 von 20. Easy, gehen wir Rhinoceros zähmen. No props. Ich glaube, wir haben das nur enabled hier und das muss nicht mehr trainiert werden. Okay. Alle drei Mafolos kommen mit mit Kali. Sind die Rhinocerose noch da? Sie sind noch da. Sind leider nur drei Männchen, aber let's go. Wir zählen jetzt Rhinoceros. It's gonna be fine. Bin sicher, Kali wird nicht sterben. Ease. Können wir das mal haulen hier? Jo, Webster, bevor das jetzt wieder verdirbt oder so. Prioritize hauling, bitte. Ja, haul den ganzen Kack hier mal. Okay, da geht auch was weiter. Con Day macht sich nützlich. Wunderbar. Tame Chance failed. 6,2% Chance. Nur Recruit Wasp. Servus. Alrighty. Vielleicht steigen wir einfach kurz auf Simple Meal so. Damit er rauf trainieren kann. Ich hoffe, die Leute werden nicht zu böse deswegen. Ähm. Guck. Oh Gott. Oh, ich muss gerade wussten. Ähm. Do until you have. A hundred simple Meals. Und wir werden schichten einfach nur Fleisch benutzen. Sorry. Dafür. Ähm. Damit uns die Pflanzen nicht ausgehen. Die sind beiden suspended für nah. Und, ähm. Prissy kocht dabei nicht mehr. Und unser lieber Wasp hier wird schichten einfach nur unseren Main Koch. Damit Prissy andere Sachen machen kann. Ja, geh brav kochen. Jetzt müssen wir nur für Fleisch Nachschub sagen. Ja. Und ich hoffe mal, du wirst relativ schnell besser drin. Damit wir wenigstens Fein Meals machen können mit dir. Sehr gut. Prissy geht brav konstrukten. Conlate konstrucated. Okay. Die Verteidigungslinie ist fast fertig. Beautiful. Da geht auch was weiter. Sehr schön. Äh, du hast natürlich nicht einzelne Simple Meals machen. By the way, I'm an idiot. Du hast vier Simple Meals auf einmal machen. Ah, wir haben da keine Platz. Das ist das. Das ist das. Ich hoffe, dass wir uns da nicht ins Spiel machen können. Oh, wir haben da keine Power, das ist auch nicht optimal. Was hat kein Bett, whoopsie. Das heißt, wir müssen auch mal schnell die nächsten Zimmer bauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, das ist auch fest. Ich habe das nicht gesehen. Warte, in welche Richtung? Das ist der richtige. Nicht, dass es einen spieltechnischen Unterschied macht, aber trotzdem. By the way. Ui, 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 das geht da hin mit dem Bubbla. Das ist super. Das ist der richtige. Aber ich war noch ganz klein. Aber ich frage mich ein bisschen was, wenn ich ein bisschen was, was war mir da. Ich frage mich jetzt etwas wieder. Aber ich habe mir da. Und ich frage mich einfach nicht. Und ich frage mich jetzt immer. Und du warst mir das nach. Und ich frage mich schon an, was ich ganz einfach mal nicht. Ja, das muss ja alles gesmooft werden, bevor ich das überhaupt in Auftrag geben kann. Jo, Pissi, das muss ich mal kurz smoofen. Oh, du wolltest gar was essen, nehme ich an. Dankeschön. No, nicht, dass mir das abgefuckt wird, oh Gott. Okay, gut. Beautiful. Oh, und da sind wir schon fast fertig. Du bist brav am Kochen, so soll es sein. Oh, gleich ist er zumindest schon mal auf Level 4. Wie viel kriegst du für 4? Simple Meals, die du machst. Ordentlich, sehr schön. Ähm, wir werden trotzdem bald einmal wieder mehr Fleisch brauchen. Ähm, oh, Boomer Loops. Dann selbstverständlich gejagt. All right, das heißt, wir sollten jetzt noch hier. Haben wir Birdskin? Wir haben jetzt mittlerweile ein anderes Zeug auch, oder was ist das hier? Plain Leather, ja. Ja, da unten kommen Plain Leather Sandbags hin. Raid, von welcher Seite kommt sie? Warte mal, ist das ein Siege? Äh, ich würde nachschauen sagen. Ich glaube nicht, dass es ein Sieges. Ich glaube, die kommen hier ran. Die kommen hier ran. Okay, aber, ähm, um den Raid kommen wir uns nächstes Mal. Weil wir sind schon wieder am Ende dieses Streams gerade jetzt. Royal 8, ähm, Achtung. Raid. Safe. Perfekt. All right. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Der nächste Stream ist morgen wieder um 5. Gleich wieder Battle Pass. Und dann Rimbaud. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.